Hallo Leute, hattet ihr nicht auch schon immer wieder mal das Gefühl, euch nicht entscheiden zu können oder ihr habt eine Sichtweise, ihr möchtet etwas machen und andere geben euch aber gegen Argumente in der heutigen Zeit, sowieso Impfung, Nicht-Impfung, jeder hat seine eigene Sichtweise und ihr seid unentschlossen, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, was ist angebracht, wie könnt ihr es machen, einfach mit Selbstvertrauen die Entscheidung zu treffen. Jeder von uns kennt es, wir alle sind schon mal in einer Situation gewesen, wo wir gesagt haben, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, soll ich das machen oder das andere. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, ich kann nicht alles ganz ansprechen, aber ich werde alles so ein bisschen in diese Bahnen lenken, damit ihr euch mit den Entscheidungen leichter tut. Bauen wir es strukturiert auf, warum treffen wir Entscheidungen oder welche Basis brauchen wir dazu, es sind unsere Werte. Die Werte, falls ihr nichts damit anfangen könnt, könnt ihr euch mit Fragen stellen, warum mache ich das, was bringt es mir, wenn ich das mache. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich mache es, weil, dann habt ihr schon mal einen Wert angesprochen. Die Begründung dafür ist dann eben der Glaubenssatz, mit dem ihr in diese Situation reingeht. Jetzt angenommen, ihr habt eure Werte, ihr habt eure Glaubenssätze und besprecht es mit einem Menschen, der ganz andere Werte hat, andere Glaubenssätze hat. Plötzlich habt ihr eine zweite Sichtweise und nun wisst ihr nicht mehr, okay und was mache ich jetzt damit. Das ist wie wenn ihr in einer Aula steht und es sind 5, 6, 7 Türen und ihr wisst nicht mehr, in welche Tür soll ich reingehen. Was ist denn jetzt die richtige Tür? Und hier müsstet ihr euch mal eure Werte, und ich traue mich jetzt fast wetten, dass die meisten von euch die Werte nicht kennen, eure eigenen Werte herausfinden. Was ist euch denn wichtig? Ist euch Zugehörigkeit wichtig? Dann werdet ihr Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel jetzt impfen oder nicht impfen. Was machen denn die anderen? Oder Anerkennung. Was denken die anderen über mich, wenn ich etwas mache oder nicht mache? Auch hier wiederum. Was ist eure Entscheidung, euer Wert? Dann meine Privatsphäre. Darf ich jetzt andere in mein Leben lassen, über mich entscheiden lassen oder ist es angebracht, dass ich das jetzt mache oder nicht mache? Ihr könnt es über die Impfung machen oder wir machen es auch beim Reiten, wir sind ja Reiter, oder an anderen Sportarten. Oder generell, welche Sportart soll ich mir denn aussuchen? Alle meine Freunde sind Tennisspieler, Golfer, Radfahrer. Was fange ich jetzt an? Ich möchte ja gar nicht Rad fahren, ich möchte viel lieber trainieren gehen, aber kein Mensch geht trainieren, weil alle raus wollen. Ich bin aber in meinem ganzen Job immer draußen, also kann ich ja auch trainieren gehen. Also hier seht ihr schon diese Wertekonflikte. Im Sinne von was möchte ich selbst und was mache ich, weil es andere möchten. Wenn ihr diesen Wert grundsätzlich mal herausgefunden habt, der für euch zählt, der euch wichtig ist, dann seid ihr schon am richtigen Weg. Die Gründe dafür, wie gesagt, das sind die Glaubenssätze, das ist ein, ich mache das, weil, denn, jeder macht das, denn, das muss man ja. Man hat doch die Verantwortung, was auch immer da für Gründe kommen. Ihr würdet euch wundern, jeder Mensch hat seine eigenen Gründe. Wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe zusammensteht, die sich einer Meinung ist, also auch die gleichen Gründe aufzählt, dann solltet ihr euch die Frage stellen, ist da nicht irgendwo ein Alpha dabei, ein so ein dominanter Typ, wenn der etwas sagt, sagen es fünf andere nach. Dann zählt die Meinung der fünf anderen nicht. Das ist nur die Meinung von dem einen. Es sei denn, jeder einzelne der fünf kann es auch begründen, warum er sich so entschieden hat. Und wenn da kein Grund kommt, dann hat das nur gesagt, weil der Alpha das gesagt hat. Autoritätengehorsam. Wir machen dann auch wieder mit diesen Denkfehlern weiter. Vielleicht machen wir als nächstes auch gleich den Autoritätengehorsam, weil ich ihn gerade angesprochen habe. Wie geht es nun mit diesen Entscheidungen weiter? Wenn ihr für euch selbst den Wert herausgefunden habt, die Gründe herausgefunden habt, dann macht es einfach mal so, wie ihr euch wohlfühlt. Ihr könnt euch die anderen Meinungen anhören, müsst euch aber immer dessen im Klaren sein, es ist eine andere Meinung, das hat mit mir nichts zu tun. Es sind andere Werte in den Menschen, andere Erfahrungen in den Menschen, andere Voraussetzungen in diesen Menschen. Wenn ich das alles auf mich übertrage, ich habe nicht die Voraussetzungen von jemand anderem. Wenn ich ein Coaching mache und die Leute fragen mich, wie würdest du das machen? Ich wäre gar nicht in der Situation, weil ich andere Voraussetzungen habe. Ganz simpel. Und das ist ja das, ihr müsst eure eigene Geschichte schreiben. Setzt euch hin, was ist euch wichtig, welche Glaubenssätze habt ihr dazu. Und wenn ihr dann eine Entscheidung trifft, dann zieht es durch. Geht mal in eine Tür rein aus der Aula und wenn ihr da drinnen seid, dann könnt ihr euch überlegen, Okay, welche Fakten habe ich jetzt immer noch? Was kann ich machen? Und das mentale Bild dazu, diese Vorstellung, wenn ich das jetzt mache, dann wird, und ich kann es mir wirklich bildlich vorstellen, ich kann es mir fast schon mit der Handlung vorstellen, wie ich es machen werde, wenn das funktioniert, dann werdet ihr es auch durchziehen. Und hier ist ja auch der Grund, warum bei manchen Menschen alles geht und bei anderen gar nichts. Es ist dieses Selbstvertrauen, ich vertraue mir selbst, dass ich das mache. Natürlich kann ich heute nicht sagen, ich springe aus dem zehnten Stock und werde fliegen. Schwachsinn, das funktioniert natürlich nicht. Es muss schon noch real bleiben. Aber es ist überhaupt kein Thema, wenn ich heute sage, ab heute werde ich Vortragender. Dann stelle ich mich hin und rede. Jeder Mensch kann reden, jeder Mensch kann sich hinstellen. Es ist nicht von Geburt an jemand ein Vortragender oder nicht. Das hat sich durch die Werte und Glaubenssätze entwickelt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, euch zu entscheiden. Ein kurzer Tipp noch am Ende. Das Einzige, was in unserem Leben wirklich fix ist, ist die Veränderung. Und wenn wir heute sagen, ja, ich habe das immer so gemacht und ich möchte das immer so machen, das wird nicht gehen. Unsere Zeit verändert sich immer schneller. Wir haben ein schnelllebiges Umfeld. Das haben wir uns selbst geschaffen. Es wird auch noch viel schneller. Das Wichtige, das wir hier betrachten müssen, ist immer, wir müssen uns anpassen. Wir können nicht sagen, ich halte die Zeit auf, das funktioniert nicht. Ihr könnt auf die Uhr sehen, die wird sich weiter drehen. Es funktioniert einfach nicht. Genauso, der Fortschritt wird weitergehen. Denn es läuft alles, wie es einfach von uns vorprogrammiert ist. Und solange es eine Veränderung gibt, müssen wir uns anpassen. Und diese Anpassung, die besteht natürlich immer aus neuen Entscheidungen. Warum neue Entscheidungen? Weil sich die Fakten ändern. Ändern sich die Fakten, dann solltet ihr auch eure Entscheidung überdenken. Wenn ihr mit einer alten Entscheidung, mit neuen Fakten, in einem ganz anderen Umfeld, ein anderer Frame, ein anderer Rahmen weitermacht, dann werdet ihr ein Problem haben. In diesem Sinne, denkt darüber nach, überlegt euch, habt ihr ein mentales Bild dazu? Könnt ihr es euch vorstellen? Dann werdet ihr selbst sicher handeln. Und diese Vorstellung, im neuen Umfeld mit der Veränderung. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachdenken. Schreibt mir eure Kommentare. Ich freue mich darüber. Und wenn ihr auch andere zum Nachdenken bringen wollt, leitet es weiter. Wenn ihr auf dem YouTube-Kanal seid, freue ich mich, wenn ihr abonniert, liked, ganz wichtig, auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr auch neue Videos. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Üben und viel Spaß bei den Entscheidungen. Meine Minaj mündlich. Join undutor. Gianni, dirgИst bei uns. Auch dein Assias. Vorstellung bei dir? Die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 1996not.